Ein Brief von unserer Freundin. Katja wird heiraten? In Brasilien. Seit einem Jahr kennt sie uns nicht mehr. Und jetzt sollen wir wie Hündinnen angekrochen kommen? Ehrlich gesagt, wäre ich da gerne eine Hündin. Ja, ich auch. Scheiße, scheiße, scheiße. Willkommen in Brasilien. Katja, das ist dich. Und Augusto Junior, das ist der Tote. Genau, wir sind aus Freundschaft hier. So, und zwar mit dem Tod. Also ihr Schwiegervater, der hat ihren Kass geschlagen. Hat sie bedroht? Nein, nein, nein. Mein Schwiegervater will mir mein Baby stehlen. Ich habe keine Papiere mehr. Wenn mir mein eigenes Land nicht hilft, kann ich mir gleich die Kugel geben. Auf die Knie! Bitte nicht. Sie könnten ruhig mal die Maske der Boshaftigkeit ablegen. Wegen, wegen sowas habe ich Frankreich verlassen. Hör auf! Was ist denn los mit dir? Kaum hast du deine Muschi in Staub, spielst du die heißblütige. Die verklemmte Mumu wird deine Fresse auf das Scheißlenkrad knallen, sodass du keine verdammten Schwänze mehr lutschen kannst. Außer durch einen Strohhalm. Wow. Feuer auf! Was ist denn das für ein Schwachsinn? Geform ist disco zum Allianz und in Fahr-Ai-ריим. Haus hat ghosts! Ich hab gesagt, irgendwas ist sie. Ich hab gesagt, irgendwas schon da bist disease. Oder was ist das entire Fresse und Eubab apertiert side. Und ich hab gesagt, was du greedens wenn du das so sehr schtiriger hast? Untertitelung des ZDF, 2020